Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Monster Hunter World Ich bin einfach mal zufällig in eine Mission von einem anderen reingegangen, weil ich irgendwie gerade Lust hatte auf das Viech Dann mal sehen, wie es ablaufen wird Ich muss eigentlich gerade mehr auch darauf achten Wie alles mögliche, was ich mitnehmen kann, mitnehmen Ein paar Gegengiffskräuter mitnehmen So, nochmal ein paar Hm, wo bef... ach, da hinten ist die da rum Ja, brüll ruhig weiter Hm Autsch, das tat weh Und der ist auch schön vergiftet Autsch, das tat wohl weh Und da Nochmal schön Ist da Und hier Noch ein bisschen Schrott abschießen Hier auf das Horn Und nochmal da hin was Mist Da noch was sind, meine ich Mal mehr Schrott Ja Das sieht witzig aus Autsch Trotzdem wie getroffen noch Interessant Nee, so ein Frost Autsch Hat der einen Übern Äh Schönen Schlag drauf Oh, das sieht nicht so gut aus Wir kommen ja schon auch irgendwie irgendwo irgendwann an Eine Fußspur Ich weiß zwar nicht, ob Frost was bringt Gerade aber Aber das auf jeden Fall immer Ich kann leider nicht erkennen gerade Ja, er ist vergiftet Autsch 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 Graf Das ist nicht Bestidee, wenn ich so An dem Monster herumzulaufen Aber ich will ja was schaffen Hm Da gibt's Ja, nur eine Sache, die hilft Wo haben wir das? Da haben wir diese Munitionen. Wo haben wir das? Sind die bescheuert? Oh, die haben einen schönen Plan ruiniert. Los, greif die schön an. Nur weil die das immer so geweckt haben zu früh. Autsch. Ajuda. Ja. Ich bin dran, Schatz. Und es schreit wieder, es schreit immer noch, und das ist eine tolle Rade, wo man ja hinläuft, weil ja überall Christa herumliegen, einmal, wo ist der jetzt gerade? Hm, von da oben gibt es gerade keinen, das ist zwei mehr. Ja. Ich will da, ich will da runter, ich will da weiter drauf. Hm. Gut, dann kann ich auf jeden Fall hier volle Power ausleben. Oh, ist auch schon fast tot, das Viech rein. Autsch, warum greift er mich jetzt an? Okay, ist wieder wütend. Und nervt. Ich werde diesmal irgendwie ja mit Bomben attraktieren. Die sind immer so schön exklusiv. Ja, das ist halt normal an sich eigentlich, aber wir werden doch nicht schlafen gehen. Das ist immer schon erraschend, wie gut das funktioniert eigentlich. Aber ich... Okay, irgendwo ist der Schwanz von dem Negri-gante. Wo ist der wohl? Da liegt der rum. Nur den Schwanz zu halten, nichts Interessantes. Leider. Leider. Neue Zutaten erhalten? Okay. Da habe ich überfragt gewählt. Woher habe ich jetzt die neue Zutat erhalten? Hm. Okay. 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 Was stand da hin? Da hat so nur die Ernte und Objekte geliefert werden. Mal sehen, was gibt es auf der Quest damit zu erledigen noch. Einiges. Jetzt. Einiges. 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 Ich wechsel wieder auf. Klingen aber, welche waren es nochmal, die gut waren? Ach, stimmt, ja. Da gab es ja welche, aber die... Was bedeutet eigentlich dieses in Klammern gesetzte Donner? Hm. Okay. Den muss ich gleich mal ausnutzen Diesen Leicht unnützlichen Mantel aber Egal Gleich zur guten Unterstützung Mal ein Notleuchtzeichen Abfeuern Schade ist das Kostüm Der Wildexpert Denn nur Wenn das Event Da ist Oder dieses Frühlings Blüten Event Schade Echt schade Der kommt ja gleich Oder Wieder Kirinfußspuren Und Wieder wächst nichts Und Da kommt Der Große Und Der Schreit Immer noch so Schlimm wie eh und je No Nie schon wieder Ja und schön auf den kopf ouch das hat wieder weh und so schön bekommen ouch schon wieder langsam ist es auch nicht mehr witzig ja nicht witzig ja 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 wo ist das wie jetzt nun runter runter aber auch nicht auf mich drauf ernsthaft diese kleinen ähm komischen vier die rumlaufen nie nerven hm hm und runter runter Awww! Agua, ich olvide. Agua. Ich will mich langsam mal mehr auf Gehrleben konzentrieren War ja klar Ich kann immer diese ganzen Anfragen öfters nicht leiden Ich weiß auch nicht, ob ich jemanden nehme oder nicht nehme Ist eigentlich eher so gesagt Zufall Gut geschafft haben die es schon mal Wie ruhig der da schlummert Ich kann einfach nicht leiden, wenn man es nicht sieht Was man suchen will Ah Ich kann einfach nicht leiden, wenn man es nicht leiden kann Ist das nicht hier? Wo ist er sonst? Wir nehmen sie mit einem Kampf und ich habe mich irgendwann vertritt, weil ich irgendwann so viel Kirin versuchte Hm Ah war, ah war Hm Und es hat wieder Schmerzen bereitet Können wir mal Ruhe lassen? Wow Ja war ja klar Autsch Und Los Lass noch mehr fallen Ja Gut Und Wie lange hält er noch durch? Und wo ist der andere geblieben? Und Autsch Okay Okay Das ist langsam Mehr als ungünstig Hm Bleib schön hier Ich dachte, bleib du bald schön hier Ja Hast du zu glauben? Der läuft von mir weg Autsch Autsch Er hat jetzt Hunger Er hat jetzt Hunger Also der Chef müde Pauli, ich würde jetzt langsam mal hier was Mein Kumpan Mein Kumpan Was quietscht da die ganze Zeit Ich weiß ja Das ist Es geht Ich 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 Okay Ich Okay, hier ist der roten Bereich. Wow. Die sind jetzt total stumpf. Ich, ja. Ich werde damit jetzt weiter machen, einfach. Oh, die sind zu fangen, habe ich auch gerade keine Lust. Die sind zu schwach und prall, na, ist mir gerade total egal. Mal sehen, wo der andere Typ ist. Okay, ich schaffe doch nochmal. Damit machen wir im anderen auch das, was wir das Video nicht machen sollten. Weil Schaden kann sie ja nicht. Ein paar Anhalter fliegen, nochmal. Merk mit, ich werde es fallen lassen. Mhm. Ui, ja und ja und Da oben sind die Wo ist das jetzt hin? Ich wollte das Feld, würde ich sie mitnehmen Ich finde es immer so, dass es nicht gescheitert wird Dadurch Juhu Hier durch den komischen Steichweg, okay Die Käfer wissen Bescheid, hoffentlich Ja, hier wissen Bescheid Wir sind doch gleich schon wieder im Ort des Geschehens Aber doch, wir scheinen doch nicht Ja, interessant Hat irgendwas wieder nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte Nein, ich mach's doch nicht Ich nutze lieber eine Bombe Noch eine Bombe Mach's weiter zum Musik spielen Und spren uns alle in die Luft Wo ist das jetzt Wie jetzt hin? Es haut ab Das ist auch keine Ahnung, was ich will Autsch Das Spiel ist noch nicht fangbereit Er ist aber fangbereit geworden Jetzt eigentlich mal Den anderen fliegen Das war unsere Hauptmission eigentlich Und der hat sich eigentlich schon etwas zu sehr erholt Hier sind so viele Würmer Und die heißen glaube ich nicht Würmer Oder Wackelkopf Doch Wackelkopfwürmer waren's Keine Ahnung Wie er den schönen langen Weg laufen Da hätte ich gar nicht bessere was er tun hätte können Ja, er befindet sich an seinem Schlafort Oder? Ja Die komplizierten Wege kenne ich noch Ernsthaft, der Dreh ist in dem Moment sein Bleib Lauf nicht weg von mir Ja Ja, ja Ich Oh, ne Kampf gegen ein Monster Jeder Zuschauer denkt sich bestimmt nur Was ist da los? Wie ich gerade hoch und runter klettere Nur um das Monster zu erwischen Eigentlich riskiert er, dass ich schon links da bin Autsch Autsch Bin vor Monster schon unten gelandet Autsch Hier fliege ich auch mal fast runter Hm Nochmal hoch Ich will auch mal so nett sein und eine Pfeil legen dürfen Wo haben wir die Viecher nochmal? Hä? Ach stimmt Ich hätte ja noch das falsche drin gehabt Das falsche Z Egal Liebt gut Ein Dank an Ein Z Ich hoffe das riecht man so aus Egal Einfach Dank an ihn Das war der Part für heute Ich wünsche euch noch einen schönen, wundervollen Tag Und Ciao